Was geht ab und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge F1's Breaking Point Weißt du, was er getan hat? Du meinst deinen Vater? Er hat sich geweigert, mich zu unterstützen. Er wollte nur eines seiner Kinder finanzieren und meinte, Devins Karriere wäre fehlversprechender. Wie ist er vor dem Ende des Rennens von Runde 8 zu Aiden Jackson auf? Ja, Jackson mit dem Weißen Reifen, ich meine, das ist ja wieder mal eine Junior-Strategie, oder? Wenn es jetzt zu einer Berührung oder so kommt, da bin ich mir fast sicher, Okay, Kelly, Aiden lässt sich in der nächsten Kurve vorbei. Los geht's. Jetzt die große Frage, wird May an ihrem Teamkollegen... Ah, gut, Scheiße. Ein Missverständnis, Kelly. Ist jetzt passiert. Da rein, da reinhalten. Das wird sehr gefährlich. Da geht's wirklich vorbei. Halleluja, war das eng. Ein Zehntel in zwei Kurven. Wenn sie der Pace weitergeht, da werden wir heute noch gewinnen. Okay, das ist jetzt ein bisschen großkotzig. Aber wenn sie der... which der Pace wieder auf dem Weg ist, Da geht's. deripто val derivative. Das ist die Mall. either Hey, Und die Dank. Bis zum nächsten Mal.